Ja, herzlich willkommen hier in der Kreativfabrik 62 zum Interview mit Rolf Bossert. Schön bist du da. Ich habe extra noch die Wohnungsstube schöner eingerichtet und für dich ein Sündchen hochgehängt. Als Gemeinderat, Kantonsrat, SVP in der Region politisch unterwegs. Du bist Geschäftsführer vom Detailistenverband Luzern. Jahrgang 63, heisst 60 geworden. Gratulieren. Ist das gut gegangen? Ja, das ist wunderbar. Über die Bühne. Du hast ein grosses Fest gemacht. Bescheiden? Ja. Die, die kommen konnten, sind gekommen. Dann starten wir mit den Einstiegsfragen. Detailistenverband Luzern, bist du Geschäftsführer. Wie wird man ohne Ladepräsidenten des Detailistenverbandes? Das hat mit dem Netzwerk zu tun. Ich bin in der Tripatite-Kommission. Tripatite-Seizen sind drei Parteien. Der eine ist der Kanton, dann der Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Und mein Vorgänger, der heisst Bossert, und ich heisse Bossert. Und ich war mit ihm in dieser Kommission und hatte eine Firma schon verkauft. Und ich hatte eine sehr tolle Zusammenarbeit. Und er hatte den Eindruck, ich sei einer, der innovativ sei und sich einsetze und auch für WD einsetzen können. Und das ist so gewachsen. Und angenommen habe ich es nur, weil ich dir die Möglichkeit hatte, zwischen 30 und 60 Prozent zu spielen. Also gesucht habe ich es nicht. Und wer geht bei euch von der Familie Bossert den Wocheneinkauf machen? Das ist wie bei den meisten wahrscheinlich die Frau. Oder von Ort schenken? Ja, sie hilft mir mit dem Detailistenverband. Sie ist eine gute Seele. Nicht nur daheim, in der Familie, sondern auch dort. Wie vorhin auch schon im Geschäft. Und wenn sie mit dieser Liste einen Austausch hat, kauft sie ihn auch bei denen ein. Ich möchte noch ein wenig auf deine Person zu sprechen kommen. Das Persönliche. Wie würdest du dich als Mensch beschreiben? Oder wenn man jetzt die Familie fragt, oder deine Frau, was würde sie über dich sagen? Was würde dich auszeichnen? Oder den Charakter? Wie du bist? Was für ein Mensch? Also wir haben noch den Familientest, der klassische. Einfach nicht mehr alle gleichseitig, aber mindestens einmal in der Woche. Meine Kinder sagen folgendes, du bist kein Maßstab. Mit allem, was ich sage oder Antwort geben, oder sie ihnen helfen oder unterstützen will, heisst immer, du bist kein Maßstab. Das heisst, ich fordere. Manchmal vielleicht ein wenig zu viel. Aber wir haben einen sehr guten Zusammenhalt. Und die Frau hat jetzt manchmal den Eindruck, schnell zu gehen. Geht manchmal das eine oder das andere etwas zu schnell. Aber Verlass. Schnell zu gehen, wo man pünktlich ist. Und du hast viele Ämter, viele Pflichten, viel Zeit, auch politisch, die du investierst. Wie viel Zeit bleibt da bei der Familie? Ja, im Moment ist es schwierig. Ich habe zusätzliche Job. Also in der Gemeinde vor allem. Und sonst nehmen wir uns die Zeit raus. In der Agenda sind jeden Monat ein roter Balken. Manchmal ist es nur zwei Tage, manchmal einen, manchmal drei Tage. Aber dort wird etwas mit der Familie unternehmen, die Zeit haben und auch kommen. Jetzt ist noch die jüngste Tochter zu Hause. Aber auch nicht mehr so viel. Das heisst, ich konnte immer viel... Meine Hobbys sind ja so ausgelegt oder ich bin dankbar, dass die Familie mitmacht. Tauchen, Dörffahren, Wandern, Skifahren. Wir kommen eigentlich miteinander. Jassen, hast du noch drauf gesehen auf der Website? Ja, das ist mehr bei den Frauen, die ist besser als ich. Die ist auch immer ein Jassenklub, ein Frauenjassenklub. Ich bin dort nicht getoldet. Okay, ja. Ist auch mal gut, ja. Ich habe mir Taucher rausgenommen. Ich möchte dort noch fragen, wie ist es dazu gekommen, dass du Taucher geworden bist oder für diese Begeisterung hast? Ich habe früher mal bei der Swissair gearbeitet. In der Abteilung Werkstatt, Unterhalt und in der Werft. Und da konnte ich auch viel fliegen. Und ich bin einer, wenn ich in die Ferien gehe, bin ich nicht auf dem Liegestuhl sitzen, sondern ich mache Aktivferien. Und dort ist es dazu gekommen. Ich habe dann einen Tauchkurs, zehn Wochen, gerade besucht, aneinander. Hat nicht alle Freude gehabt, ist klar. Ich bin da ja immer getauchen. Von daher habe ich das noch mitgenommen und das ist dann auch meine Passion geworden. Eine meiner Passionen. Und wo gehst du da gut tauchen, wenn du zukommst? In der Schweiz? Also mit dir würde ich im Sandbachersee gehen. Da kommt es nicht so drauf an. Du siehst dann halt nicht. Du kannst Navigation lernen, Rettungstauchen kannst du lernen im Sandbachersee. Und mit denen, die frisch arbeiten, mit denen gehe ich in klare Gewässer. In der Schweiz für Wartstettensee, Bäckeriet, Mäckis. Oder ganz gerne ins Matcha-Tal. Dort, wo man mit der Familie gehen will, gerade eine internationale Prüfung. Und eines bis zweimal im Jahr bin ich meistens am Roten Meer. Weil das ist sehr nahe und ist eines der schönsten Meere. Ja, drehen wir die Zeit noch etwas zurück. 50 Jahre. Gehen wir zum kleinen, jungen Rolf, wo das Eich aufgewachsen ist. Und vielleicht auch später der Steuerfuss übernommen hat und abgeschaut hat von den Eichern. Ich weiss nicht, wie das gegangen ist. Ein paar Anekdoten aus der Jugendzeit. Was kommt dir da in den Sinn von deiner Eicherjugendzeit? Also ich bin geboren in Eich. Das kann man vielleicht an einem oder anderen Ort lesen. Und ich wurde nach vielen Orten herumgereicht. Weil die Familie konnte nicht zu mir schauen. Ich wuchs als sog. Verdingbube auf. Auch bei Bergbauern. Das erzähle ich eigentlich nicht so viel. Aber das ist jetzt einfach so, wie es ist. Ich habe sehr viel Gutes mitgenommen. Also auch von der Landwirtschaft. Das ist doch irgendwo der M-Ola-Frage. Ich habe auch Sachen mitgenommen, die ich so nicht leben und meine Kinder nie antun. Aber ich nehme das Positive mit. Und von der Schulzeit hast du vielleicht noch die eine oder andere Geschichte? Ich habe immer tolle Lehrer gehabt. Das war auch mein Ausgleich an die Jugendzeit. Das war auch vielleicht Ablenkung. Ich bin gerne in die Schule. Sehr gerne in die Schule. Mittelmässig. Windfächer sehr gut. Die französische Katastrophe. Ja, da kommen wir schon ein wenig zum Werdegang, der ja dann eher technisch orientiert wurde. Die Lehre gemacht als Filmechaniker. Was ist da in Erinnerung geblieben? Oder wieso hast du dich für diesen Beruf entschieden dort? Oder die Lehre zuerst einmal? Ja gut, früher, eben so wie ich aufgewachsen bin, das ist fast ein wenig zugeteilt worden. Aber ich würde das heute wieder lernen. Ich hatte eine tolle Lehrzeit. Es ist auch ein Hobby daraus entstanden. Ich schiess sportlich. Das war eine Firma, die Waffen herstellt, auch für Jäger. Ich konnte dort alles lernen. Von Hart, Weichlöten, Dreien, Fräsen. Ich habe gesagt, ich war stark in der Schule, auch in den MINT-Fächer. Das hätte mir sicher geholfen. Tolle, eine tolle Crew. Viele Lernende. Das ist mir auch immer geblieben, was ich selber auch immer ausbildet habe. Später hast du dich weiterbildet als Ingenieur am Abendtechnikum. Für mich gibt es noch sehr viel Aufwand und Energie, wenn man sonst schon unterwegs ist und viel zu tun hat. Wie war diese Zeit dort? Ja, auch eine tolle Zeit. Ich kann eigentlich gar nichts Negatives sagen. Ausser, dass es streng war. Und wenn ich heute sehe, wie die Jungen, auch unsere Jungen, das lernen, die meisten reduzieren. Acht Prozent, sechs Prozent. Das hätte es bei uns nicht gegeben. Ich hatte gar kein Geld, keine Eltern, keine Götte. Ich habe alles selber finanziert. Und die viereinhalb Jahre waren sehr streng. Aber ich wusste, warum ich das mache. Ich hatte immer ein Ziel vor Augen. Und habe alles selber finanziert und 100 Prozent gearbeitet. Und die Familie ist dann später gekommen oder ist es parallel gelaufen? Ja, es ist später gekommen. Ähm, jetzt müssen wir uns gerade ein wenig miteinander verbinden. Ich bin schon nachher selbstständig geworden. Ähm, ja, Familie, ist das dann dort gleichzeitig entstanden oder später? Oder wie ist es dort weitergegangen mit dem ... Also 1992 wurde die Familie gegründet und 1995 habe ich die Firma neu aufgebaut, um gut anzunehmen, ja. Die Firma ist spezialisiert auf Oberflächentechnik, Spezialbeschichtungen. Wie kann man sich das vorstellen? Oder was habt ihr dort genau gemacht? Also dort dazukommen bin ich, ich habe ein Nachdiplomstudium gemacht auf Betriebswirtschaft. Und das war eine Arbeit gewesen. Von einer Bank zugewiesene Arbeit, sage ich einmal. Das war eine Firma, die nicht mehr so gut auf den Beinen standen ist, aber ein riesiges Potenzial hatte. Und das war mein Arbeitstitel. Das war mein Arbeitstil. Hat diese Firma noch keine Zukunft? Das Resultat war diese Firma nicht, aber die Neue. Das wären die, die ich neu aufbauen konnte. Und dann bin ich dort geblieben. Das war eigentlich nicht so angedenkt. Und Oberflächentechnik, das hat natürlich viel mit den Materialien zu tun. Metall, Metallurgie. Auch das habe ich auch das Wissere mitbekommen. Natürlich Triebwerke, Spritzverfahren usw., das ist ähnlich. Einfach mit anderen Substanzen. Und die Chemikalien, die Bäder, die habe ich von dort her gekämpft. Und ich konnte das dort einsetzen. Das war eine ganz strenge Zeit. Wir haben hier auch Leute von den Banken. Ich habe keine gute Erfahrungen mit der Bank. Heute die besseren. Acht Prozent Kontokurrenzeisen. Eine absolute Katastrophe für zum Neugründen, muss ich sagen. Und darum hat Bossart und Partner jetzt so geheissen. Da habe ich ganz viele tolle Leute gehabt. Unternehmer sitzen auch da drin, die uns drauf geholfen haben. Also investiert haben auf Deutschland. Ja, investiert haben. Und zwar in die Firma oder in mich. Den Glauben daran haben, dass dort etwas wird. Und diese Firma gibt es heute noch. Du selber bist aber nicht mehr Teil davon. Ist das richtig? Ja, weil das ist ja Generationenthema. Meine drei Kinder haben es am Anfang gehört. Ich sehe kein Maßstab. Und es darum ging, die Nachfolgeregelungen langsam anzugehen. So mit drei, vier, fünf und fünfzig. Weil ich auch da sehe, was rundum läuft in der Branche. Und meine Kinder sagen, das machen wir auf keinen Fall. Du bist ja gar nie zu Hause. Der Sohn heute sagt etwas anderes. Der ist jetzt dreißig. Das ist eben sechs Jahre später. Würde sich das heute vielleicht anders überlegen. Aber damals hat niemand Lust gehabt. Und ich habe gesagt, ich warte nicht bis siebzig. Weil das hat mein Vorgänger schon gemacht. Und den Anschluss verloren und nicht loslassen konnte. Es war also eine schwere Zeit, fünf Jahre lang loszulassen. Und man dann die Firma auf den Markt gebracht hat. Und wieder einen Familienbetrieb gesucht hat, der das dann weiterführen würde. Und das war die richtige Entscheidung. Und bei der Nachfolge hat die Bank geholfen? Nein. Alle selber unterwegs gewesen? Also mit meiner Crew. Und die eigene Bank hilft dir dann nicht. Es war ja so. Am Anfang musste ich auf den Knäuen schauen, ob ich Geld bekomme. Und zuletzt haben sie angeboten, mir Geld zu geben. Das ist ja eine gute Zeit. Und darum haben wir die Bank nicht gebraucht. Also die neue Firma hat die Bank gebraucht, selbstverständlich. Aber da hat man gute Lösungen gefunden. Gibt es jetzt mehr Zeit für politische Aktivitäten? Wann hat das angefangen, dass Rolf Bossert sich für die Politik interessiert hat? Oder eben gesagt hat, da möchte ich auch etwas bewegen oder auch mitreden? Also äh... Ich muss gerade überlegen, 95. So interessiert mich vor allem die Politik schon. Aber ich war keine Partei, gar nie. Auch gar keine Zeit hatte, für dieses Feld auch noch anzugehen. Und im 95, 98 bin ich in die Gemeinde eingetreten, respektive auf... Ich muss gerade überlegen, wenn ich überhaupt nicht hingezogen bin. Das ist noch schwierig, ne? 98, ja genau. 98, 99. Da habe ich mich angefangen zu interessieren. Und weil ich dazukommen bin, das ist, wenn man in der Gemeindeversammlung aufsteht und eine Meinung hat, dann geht man auf diese zu, oder? Weil man hat ja Leute gesucht. Und das war dann auch die Partei, die zuerst auf mich zukommen ist, eine Woche später dann eine andere. Aber dort, wo ich zuerst zugesagt habe, bei denen bin ich jetzt. Das ist wie ein Militär, wenn man mitmacht, dann macht man auch gleich weiter. Ja, ja, etwa so. Ja, ja. Auf deiner Webseite steht, Nidl Luklo bringt dich weiter. Wo war das bei dir der Fall, jetzt im politischen Bereich? Also, wir haben es gehört, als Kleinhuf schon. Sich müssen dürfen durchsetzen, als junger Junge. Und später auch in der Gemeinde, wenn man da so einen weiteren Gump macht. Oder im Berufsleben, in der Ausbildung. Ich habe nicht immer alles auf Anheb gerade gearbeitet. Also das Furtigblum zum Beispiel, da habe ich noch einmal gehen müssen. Da weiss ich noch, die Statik in der Brücke habe ich falsch berechnet. Ich vergesse ich nicht mehr, bin ich halt noch einmal gegangen. Und dann habe ich es dann geschafft und habe dann den Abschlussjahr gemacht. Und bei der Gemeinde ist es ja auch so. Ich habe mal das Gefühl gehabt, wenn ja mehr alle sagen, es ist eine gute Sache, wenn ich jetzt die Finanzen übernehmen würde, habe ich unterschätzt. Es haben alle gesagt, es wäre gut. Es haben mich aber nicht alle unterstützt. Und dann bin ich zwar als Gemeinrat gewählt, aber nicht in die Finanzen gewählt worden. Das war ein Tiefschlag. Und drei Jahre später haben sie mich gefragt, so zwischen Tür und Angel, ob ich mir das noch einmal nicht antun würde. Aber sie haben niemanden. Dann haben sie gesagt, jawohl, nicht loslassen. Gewinnt, machen wir das. Und Bau habe ich eigentlich von Anfang an gewählt. Ich war ja Bildungsvorsteher in acht Jahren. Und ja, jetzt bin ich Bauvorsteher. Mit Amtszeitbeschränkung. Genau. Und gleichzeitig auch noch Gemeindepräsident für die Vertretung von Adrian Mehr. Wie ist die Situation aktuell, jetzt bei euch auf der Gemeinde, wie auch für die Zukunft? Also Gemeinde, unser Kollegium hat sich zusammengerauft, zusammengeschweisst kann man auch sagen. Viele grössere, nachhaltige, spürbare Teamgedanken. Ich glaube, es ist eine große Aufgabe, drei neue Leute zu suchen. Ich glaube, es ist eine große Aufgabe, drei neue Leute zu suchen. Ja. Das sind ja drei neue. Das hat den Finanzrädern auch durchgedrückt. Ja, viel Veränderung auf eurer Seite her, von der Gemeinde. Dann gibt es auch eine dynamische Entwicklung in der Region. Also Schenken wächst. Wie siehst du die aktuellen Entwicklungen in Schenken? Nicht. Auf der Flugebene? Auf welcher? Auf einer hohen Flugebene. Überregional. Nein. Also das Wachstum haben wir ja im Griff. Das ist zwischen 0,8 und 1,2 Prozent. Wachsen dürften wir ja mehr. Aber das ist ja vom Stimmvolk auch, wo wir die Kurzplanung hatten, eigentlich stipuliert worden. Klar, wir wollen nicht schnell wachsen. Qualitatives Wachstum ist gefragt. Und nicht einfach schnelles Wachstum. Also Mut zur Lücke, das hat man ja auch. Und da werden wir, gerade gestern in Diskussionen gehabt, vielleicht das ein oder das andere Projekt mal ein bisschen durchatmen und mal ein bisschen langsam angehen und nicht das Gefühl haben, wir müssen gleich alles bauen. Und welche sind die aktuell dringendsten Herausforderungen oder Punkte, die von der Bevölkerung an dich kennengelernt werden und sagen, du Rolf, mach da, willst du auch etwas machen? Ja, eher bremsen. Ja. Das ist eher jetzt eine Tendenz, also wir haben das ja mitbekommen. Die letzte Abstimmung war nicht ohne. Das hat auch ein bisschen Bauchweh gemacht, also wir persönlich auch. Der Stier von der Turnhalle. Der Turnhalle wird animiert, ist auch der Sparringpartner. Einer von den Sparringpartnern, neben dem Bildungsvorsteher, die für dieses Projekt eingestanden sind, weil wir direkt betroffen sind natürlich. Der Bau ist auch immer direkt betroffen. Und da hat es Stimmen laut geworden, das werden jetzt die anderen oder andere, eine oder andere grössere Gemeinden auch auf sich müssen. Da liest man auch ganz andere Zahlen. Und wir haben ja die Abwäge gemacht und die Überprüfung gemacht, auch im Vergleich mit Sorsi, wie gebaut worden ist. Also alle die Argumentationen, die da mit dem Flugblatt rundherum sind, haben wir entkräften, rein auf der sachlichen Ebene, aber auf der emotionalen Ebene, das sind andere Antennen. Es ist ganz schwierig zu erklären, warum man heute den Schulraum inklusive Gruppenraum von der Grösse her einfach rund 1,5 Millionen kostet. Ja, die Kosten sind, glaube ich, das Thema. Ich meine, das kann ich auch nachvollziehen. Das ist für einen Unternehmer auch ganz schwierig, das zu argumentieren. Aber im Vergleich, auch jetzt mit unserer Region oder auch mit Sorsi, haben wir eigentlich keine goldigen Türgriffe. Ja, und wenn man baut und wächst, dann braucht es auch mehr Schulräume. Das nächste Stichwort ist der Burgpark. 50 Eigentumswohnungen. Ist aktuell gerade die Umsetzung, oder ist Wohlstart gewesen. Was für Leute kommen dort hin? Also dort kommen Leute hin, die es vermögen. Das muss man einfach sagen. Die Burg sagt es ja schon, oder? Und wenn man irgendwo von einer Anhöhe fährt, ist es ja gleich, wo man ist, wird es eher teurer und nicht günstiger. Das haben wir aber gewusst. Und darum haben wir ja die Kirschgarten-Thematik mit jungen Leuten, mit jungen Familien. Jetzt sind wir die zweite Etappe dran. Und in den nächsten vier bis acht Jahren, sage ich jetzt einmal, je nachdem, wenn man jetzt das Tempo unter die Füsse nimmt. Wir haben ja eine Strategie. Dann kommt ja die dritte Etappe dran, wo wir ja eigentlich schon wieder ganz viele Bewerber haben. Junge von mir noch retourkommen oder die dort sind und ein Eigentum suchen in dieser Art. Also das ist ein anderes Preissegment. Das ist auch im Baurecht. Und die Burg, das ist völlig an einem anderen Ort. Das sieht man, Strigelhöhe und so weiter. Die Preise sind noch nicht aus, was ich gehört habe. Wir haben erst den Spatenstich gehabt. Aber das ist das oberste Segment. Dann ist die Frage auf dieser Seite, sozialen Wohnungsbau. Wenden die Leute überhaupt oder die Familien, die vielleicht nicht das grosse Portemonnaie haben? Weil es doch eben am Tamberg und jetzt, wie du auch gesagt hast, Burgpark, ja, ist das so ein bisschen eine Goldküste vom Sembachersee, die entsteht. Haben da auch auf dieser Seite Raum für Leute mit weniger Geld oder Wohnungen? Also das hat man ja immer unter die Füsse genommen. Das ist ja immer eine Anliege der Bevölkerung, die hier an uns getreten wurde. Wir haben einerseits Genossenschaftswohnungen, wir haben aber fast keinen Lehrwohnungsbestand. Ich glaube, das ist irgendwie 0,2 oder 0,3. Das ist ja wahrscheinlich auf der ganzen Seite oder rund um das Sembachersee ähnlich. Wir haben Genossenschaften, habe ich gesagt. Und wir haben wohnen in Malta und wir haben dort auch Reservenland, das die Gemeinde kaufen konnte, wo die nächsten Bauten angedenkt sind. Wobei es gibt auch länger, für ältere Leute gibt es ja immer wieder andere Wohnformen, andere Möglichkeiten. Und man weiss ja, die Tendenz ist, die Leute, die daheim sind, die Generation kommt jetzt, oder? Dass sie den Kindern übergeben und sich ein Stockhacheigentum gekauft haben, meistens zu sein. Es gibt so höhere Gebäude, habe ich gesehen. Dort sind ein paar Schenker, die dort runter sind. Und dass sie wieder freigehen, ihre Wohneigentum, der Amt am Berg übrigens auch für die jüngeren Leute. Aber das kommt auf uns zu. Und die älteren Leute gehen halt eher zwischen 70 und 80. Oder wenn es den Weg nicht mehr geht, die gehen viel später von zuhause weg. Und es gibt aber andere Formen, Spitex und so weiter. Da sind wir aber mit im Boot und arbeiten ja auch hier in der Region aktiv mit. Wir haben einen sehr attraktiven Steuerfuss. Das ist ein Reizwort für mich. Darf ich ja so sagen. Also es gibt Zentrumslasten, das ist korrekt. Aber Lasten hat jede Gemeinde. Es gibt aber auch Zentrumsvorteile. Ich habe gerade heute Morgen eine längere Sitzung gehabt in dieser Kommission, wo es darum geht, wie man Geld verteilt. Tourismus oder was auch immer. Und wo man die Regionen entlastet, die Regionen. Also die kommen mit auch Geld rüber. Die Frage ist einfach, wie man es einsetzt. Das ist auch ein Zentrumsvorteil, nicht einfach eine Zentrumslast. Das ist auch so ein Stichwort für die nächste Frage. Wo siehst du hier Verbesserungspotenzial? Sursi wächst, Schenke wächst, überall wächst wir zusammen. Gibt es Verbesserungspotenzial unter den Gemeinden? Dass man besser koordiniert miteinander, sich abstimmt? Wie nimmst du das vor? Also wir haben ja das RET, Regionalentwicklungsträger. Da sind ganz viele Gemeinden dabei. Und dann hat man das Sursi Plus, das Sursi Zentrum. Oder wie man das jetzt sagen möchte, die sechs Gemeinden, die rundherum sind. Inklusive Sursi, die arbeite ich zusammen. Die Frage ist einfach die Nachhaltigkeit und die Wirksamkeit und in welcher Zeitperiode. Mich nervt, wenn man etwas miteinander abmacht. Da gibt es Letter of Intent und weiss nicht was. Es nützt ja alles nichts, wenn man das abmacht und nachher nicht umsetzt. Und dort steht der Tropfen Hültenstein. Also ich bin wahrscheinlich gar nicht mehr im Amt, bis man das ein oder andere durchsetzt. Das nervt, wenn man es dann nicht macht. Und die Erfahrung, die neuesten Erfahrungen sind die, wie kleiner als die Gremien sind. Also vielleicht, wenn man merkt, auch hier hapert es oder in dieser Gemeinde hat man keine Mehrheiten in der Bevölkerung. Dann macht es Sursi und Schenken zusammen. Oder es macht es Notu oder ist ja Wurst. Zwei andere zusammen oder drei, die sehen, wir machen das und wir haben einen Zeithorizont von ein bis drei Jahren. Das ist ja sportlich, ist aber machbar, wenn man es auch will machen. Und nicht einfach etwas schreiben und in fünf Jahren tut man es noch einmal und dann startet man wieder ein Projekt. Also das ist Ressourcenverschleiss. Inwiefern ist es auch schwierig, weil ja die Leute auch wachsen? Durch das Atembüche sind drei, die weggehen in Zukunft. Es ist jetzt gerade rausgekommen, zwei, die nicht mehr kandidieren. Es gibt auch immer andere Menschen, die dann das Dossier übernehmen, die dann vielleicht eine andere Meinung haben. Und die bestehenden Prozesse nicht mehr fortsetzen wollen. Gut, da sind wir eine Kollegialbehörde. Das ist das Gremium. Also die Strategie wird vom Gesamtgemeinerrat festgelegt. Und gut, wenn es gerade drei wechselt und diese drei gleiche Meinung sind, dann können sie überstimmen. Das ist ja so. Aber sonst, da ist die Bevölkerung noch und wir haben eine Kontrollenkommission, wo wir das ja immer mitteilen, mit auf den Weg geben und wird das Volk korrigieren. Am Ende des Tages, oder? Und die neuen Gemeinräten tun sicher gut daran, wenn sie nicht alles einfach akkieren, sondern wenn sie die Erfahrungen, die sie dann überkommen, in einem Dossier mitnehmen und über Bücher gehen und das weiterführen. Und wir können nicht etwas planen, was in der Strategie, die unmöglich ist. Es ist aber auch nicht unmöglich, mal zu sagen mit oder mal zuerst ein bisschen mehr atmen. Das lässt man übrigens beim Tauchen. Die richtige Atmung. Und vielleicht auch ein bisschen länger unten bleiben, bevor man dann auftauchen und gleich los will. Und das tut vielleicht auch gut, wenn man mal so ein bisschen sagt, jetzt machen wir mal wieder eine Ausregionung mit den neuen Räten. Und ist da vielleicht eine andere Gewichtung? Das mag ja sein. Aber komplett etwas kehren wird man nicht, weil das ist eine lange Geschichte. Das ist ja nicht einfach nur vier Jahre oder nur eine Legislatur. Wo wir relativ schnell handeln müssen, ist im Bereich Asylwesen, wo der Kanton gesagt hat, ihr müsst die Kontingente so und so erfüllen. Wie ist das dort vor sich gegangen? Ist das gut über die Bühne bei euch? Ja, bei allen. Es war hart. Wir haben uns ja aufgefordert, Lösungen zu bringen und Räumlichkeiten. Und man hat sie gemeldet und die waren nicht zufrieden mit diesen Räumen. Bei anderen Gemeinden ja auch. Das hat man ja mitbekommen. Und trotzdem haben sie uns aufgefordert unter Drohung, dass man natürlich auch zahlen muss. Perspektive, das hat man ja so beschlossen. Und schlussendlich hat man beide Seiten sich aufeinander zubewegen und sagen, das ist zumutbar. Sind es kurzfristige Aufenthalte oder sind es langfristige? Das war ja ein Riesenthema. Und was für Leute sind das? Und bei uns war es besonders heikel, weil es im Schulareal war. Also bei den Einten, wo wir ja eine Auslegung ohne gingen haben beim Asylwesen, je nachdem, von welchem Land es die Leute kommen, hat man gesagt, das geht nicht. Aber das ist vom Kanton aus gekommen und bei den anderen geht es dann. Und da musste man sich jetzt finden. Und mit den Zivilschutzanlagen musste man umbauen, natürlich auch Geld in die Hand nehmen und schauen, dass wir diese Räume haben damit Licht. Und darum ist man da miteinander auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Schlussendlich. In der Oberkirche ist aktuell ein Restaurant im Feld, das so genutzt wird. Genau. Ich bin dort mal schauen und dann sehe ich den Bossert Rolf. Er war am Anfang dort der Käufer mit dem Hunkeler zusammen. Der Rolf ist nicht mehr dabei, aber es wird jetzt vermietet an die Gemeinde. Wie kam es zu dem? Oder was war die Idee von dir? Der Rolf war nicht der Käufer. Er war einfach in dem Verwaltungsrat. Er war einmal ein Mitaktionär. So, wie wir mehrmals in jungen Jahren gekauft haben, klein und fein, mit Leuten, Unternehmern, habe ich dort auch mal gekauft, wo es im Feld nicht so gut gegangen ist. Generationenwechsel und so weiter. Und bin auch dort drin der Blubber und habe unterstützt und mitgekauft für gute Lösungen. Und dann hat man das ausgeschrieben. Man hat gesagt, es hätte keine Zukunft rund um den Sandbachersee. Aufgrund von dem, wo man wieder investieren musste. Das sind grosse Investitionen angestanden. Und hat dann den Rang gefunden in der Zusammenarbeit auch mit der Gemeinde, mit Gesprächen. Was kann man dort sich erweitern und was wäre für Potenzial? Also ich war dort eigentlich Begleiter gewesen, sage ich einmal. Mithelfer. Und die Auflage war, dass ich mitgekommen, als das gekauft wurde. Und darum bin ich in dieser Feld AG, in der der Unkler Architekt war, noch mit dabei gewesen. Bis Ende letzten Jahres. Ich wollte eigentlich vorher schon aufhören. Und das ist ja immer so. Man schaut, dass man Leute, die schon dabei waren, noch ein wenig mitnimmt, damit man das Wissen mitnehmen kann. Aber dort konnte ich ja gar nichts mehr dazu beitragen, weil diese Wettbewerbsgeschichte ist schon gelaufen. Jetzt sind da noch Fellhängig. Das wäre das schon lange etwas anderes. Und jetzt wird es dazwischen genutzt. Aber ich bin nicht mehr dort, nicht mehr im Boot. Weitere Immobilien, wo man darüber spricht, in der Region Sorsi, wie auch Schenke, ist der neue Spitalstandort. Welches ist dein favorisierte neue Spitalstandort? Objektiv, subjektiv? Kannst du eine Auskunft geben oder nicht? Und er mich gefragt hat für das Interview. Er hat gesagt, er hat die Gefühle, die hier sitzen, wurden schlussendlich schwammig und nicht direkt Auskunft gegeben. Man wüsste eigentlich, wie sie denken, aber sie sagen es nicht. Er hat mir mit auf den Weg gegeben. Und ich habe heute auch erfahren, was sage ich jetzt, wenn genau diese Frage kommt. Jetzt kann ich das so machen wie alle meine Vorredner. Ich sage es, das ist meine Haltung, meine persönliche. Und da bin ich jetzt Unternehmer. Als Unternehmer muss ich sagen, der beste Standort. Nachdem, als ich die ganzen Analysen ... Ich war da viele Jahre dabei. Bei all diesen etwa 30 Standorten am Anfang, die ja Pseudo-Standorte waren, sagen wir es so. Schlussendlich waren es die vier, die letzten vier Standorte, und jetzt sind es noch die Reihe. Kann man jetzt sagen, was man will. Alle die Fache, alle die Ärzte, alle die Ingenieuren haben eine Aussage gemacht, sachlich, fachlich. Und zu dem stehe ich, und das ist der neue Standort in der Nähe der Autobahn. Alles andere ist einfach nur Sand in die Augen gestreut. Und mir ist es echt egal, wie das heisst. Campus heisst ja auch Sorsi und ist nicht auf dem Platz Sorsi. Also kann das Spital weiterhin einfach Sorsi heissen. Das ist meine Aussage. Also für dich die beste Lösung in dem Sinne, sachlich, fachlich betrachtet? Neben der Autobahn, ja. Am schnellsten. Heute ist das oberste Credio. Der Patient, wenn ein Unfall passiert, muss am schnellsten im Spital sein. Nicht durch eine 30er Zone. Ja, ich möchte diesen Teil abschliessen auf der Gemeinde Ebene. Ich flog eben ein wenig höher hoch, Richtung Kanton wieder gewählt worden. Für den Kantonsrat, der SVP, 7156 Stimmen. Sehr gutes Resultat. Seit 11 Uhr bist du Kantonsrat. Was ist die Motivation und die Faszination für dich, Kantonsrat zu sein? Von Anfang an habe ich immer gesagt, man kann nicht immer nur Furs im Sack machen. Immer sagen, was die anderen besser machen sollten. Das war auch meine Motivation in der Gemeinde. Sondern wir müssen dort drin Leute haben. Unterschiedliche Leute. Die ganze Breite. Aber wir müssen hoffentlich noch ein wenig mehr Unternehmer haben, die unternehmerisches Denken haben oder es dort reinbringen. Ein wenig, manchmal auch ein wenig pragmatische Ansätze. Und wie weiter aus man geht, wie schwieriger wird das, oder? Und trotzdem braucht es diese Leute. Und es wird immer schwieriger, diese auch zu finden. Man findet sie ja fast in der Gemeinderät auch nicht mehr. Und im Kantonsrat gute Leute zu finden, die auch bleiben. Nachhaltig auch bleiben. Nicht nach einem ersten Halbjahr oder einem Jahr schon wieder gehen. Die suchen wir. Und das ist meine Motivation, dort einen Beitrag zu leisten. Mit meinen Erfahrungen. Gesellschaft, Politik. Von Jugend. Sehr breit. Sehr interessiert. Und immer auf Augenhöhe. Mit der ganzen Breite. Jetzt gab es in letzter Zeit sehr viel als Thema. Es gab sehr viele Vorstöße. Geschäfte. Stichwort effizienter werden. Mehr unternehmerisch sein. Wie kann der Kantonsrat noch effizienter werden? Ein Beispiel wurde an mich hingekriegt. Dass man Sachen, die man der Kommission vorbesprochen hat, eine Meinung bildet und zur Abstimmung bringt. Dass man dort wieder alle nach vorne kommen wollen und sich ein bisschen inszenieren und eine Meinung abgeben. Dadurch zieht es sich in die Länge. Es heisst ja, Parlament. Da wird parlaren, ob es gut ist oder nicht. Das sagt man mir auch immer wieder, oder? Dass viel redest du? Nein, nicht in mir. Nein, nein. Ich rede nicht so viel. Ich rede dann, wenn ich überzogen bin. Okay. Das könnt ihr nachschauen. Ja. Ich gebe auch sehr selten Vorstöße selber. Wie wird der Kantonsrat effizienter? Effizienter ist, wenn es den Hörer in die Finger nimmt und in dem Departement anruft, der eine Frage hat. Und wenn man diese Frage nicht beantwortet bekommt, dann kann man sich eine Anfrage oder ein Postulat überlegen. Dann muss man aber auch noch Mehrheiten bilden. Es gibt die, die einfach Zeug schreiben, damit sie aufstehen und reden können, wissen aber von vornherein, dass die einfach nie und nie nimmer irgendwo eine Mehrheit gefunden wird. Das ist ineffizient. Und das mit der Kommission, ja, das ist Tornimauk. Das haben wir versucht, über das Parlamentsrecht, das jetzt in Bearbeitung ist, zu korrigieren. Es hat jeder ein Recht, ein Recht aufzustehen. Wir sind eine von diesen Kantonen. Es gibt Kantone, die können ja nicht so lange, wie sie wollen. Und wir sind wenigstens einer, der eine Zeitbeschränkung hat. Und, ähm, da appellieren wir an die Fraktionen, dass sie innerhalb der Fraktionen schauen, dass man nicht drei oder vier zum gleichen Thema redet. Je nachdem, was für eine Gewichtigkeit das hat natürlich. Aber für die Paketellen sollte man halt einmal einfach nichts sagen. Und wenn alle nichts sagen, dann redet nur einer. Das ist eben schwierig, diese Disziplin. Aber das Beste und effizienteste ist wirklich immer noch, wenn die Leute, die es anlegen haben, die Kantonsräte, in diesen Departementen direkt anrufen. Weil sie sind gut bedient, wenn sie Antwort geben. Weil sie die Arbeit einfach noch können, wenn sie keine Antwort geben. Jetzt bist du, ja, seit 2011 im Kantonsrat, auf welche Leistung politisch bist, besonders stolz? Was hast du bewirken können? Und du sagst mal, das war jetzt Rolf, der diesen Vorstoss gebracht hat, oder da auf etwas hingewiesen hat, was dann eine Veränderung gebracht hat? Also die wenigen Vorstösse, die ich gebracht habe, sind überwiesen worden. Auch dringlich. Und sonst konnte ich dazu beitragen, als etwas durchkommt. Ich bin sehr stolz, dass ich mithelfen durfte, wo es die Uni Luzern Wirtschaft und Recht. Man hat den Slogan «Klein und Fein». Da bin ich nicht mehr so ganz gleicher Meinung im Moment, weil sie wächst immer noch mehr. Ich komme ja von der Hochschulseite her, bei meiner Weiterbildung. Und höchster Luzerner, selbstverständlich. Das war immer mein Ziel, mal höchster Luzerner zu sein, auf dem Botkopp zu sitzen und mal das mitzuerleben mit einem breiten Rücken. Manchmal musste ich fast die Zunge abbeissen natürlich. Es braucht eine ganz andere Disziplin, es ist eine ganz andere Wahrnehmung und die Zusammenarbeit. Ich konnte für ganz viel in den Rucksack mitnehmen. Das war ein ganz schönes Jahr, ein strenges, aber ein gutes, ein schönes Jahr. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter schauen, in Zukunft, aktuell ist die Meldung draussen, Tommi Meier von der FDP, Kandidier für den Nationalrat. Wieso den Bossert nicht? Oder noch nicht? Also das habe ich schon von Anfang an auch geschrieben, da hat mich die Zeitungen schon angefragt. Übrigens schon ausgibt, Tommi. Also ich habe ihm das gesagt, ich denke, das zu wahrscheinlich sagen. Er hat mir gesagt, auf keinen Fall ging er auf Bern. Vielleicht hätte er mich erwischen wollen. Da habe ich gesagt, jetzt müsste ich eigentlich auch drauf, damit er so ein wenig Konkurrenz hat. Nein, Spass beiseite. Ich habe immer gesagt, ich bin dem Kantonsrat, ich bin im Gemeinrat, ich habe jetzt Zusatzaufgabe in dem Gemeinrat, ich will mich dem voll widmen. Und das hat nichts mit dem Alter zu tun, es gibt denen, die mit über 70 noch dort oben sind, ich weiss zwar nicht, was sie dann machen. In Amerika hast du das auch, oder? Ja, das ist ganz verrückt. Ich weiss nicht, ob man da besser ist, man hat mehr Erfahrung, aber ob man da unbedingt noch die gleiche Durchschlagskraft und Energie noch hat, da stelle ich einmal die Frage. Meine Überzeugung ist, sich für den Kanton einzusetzen, für die Jungen einzusetzen, das habe ich jetzt im letzten Wahlkampf gemacht, die auch zu fördern, mitzunehmen und das Wissen weiterzugeben. Das ist meine Motivation, dort weiterzumachen, wo ich bin. Und ich will auf keinen Fall auf Bern. Du hast auf deiner Webseite die Themen, die dich besonders interessieren oder engagiert. Ein duales Bildungssystem ist ein Pfeiler. Stichwort Fachkräftemangel. Was kann die Politik machen? Dass wir jetzt spezifisch Handwerkerberufe, wo auch Fachkräftemangel herrscht, dass wir wieder mehr Handwerker hinbringen. Das ist auch ein SVP-Thema. Was kannst du dazu sagen? Also das duale Bildungssystem, das wir haben, steht hier sehr gut an. Ich habe gestern einen Vortrag gehört im Kantonal-Gewebverband, dass das eigentlich etwas schlecht geredet wird. Wir stehen sehr gut hier, auch die Eitenbildung. Es kommen also mehr in der Hochschule studieren, also an der Hochschule, und studieren, wenn ihr das wegziehen. Das ist einmal positiv. Fachkräftemangel ist zum Teil auch ausgemacht, muss ich ehrlicherweise sagen. Also auch auf dem Platz so sein. Da braucht es vielleicht ein bisschen andere Modelle. Das hat mit dem Verkehr auch zu tun. Man muss nicht alle zur gleichen Minute arbeiten. Und beim Fachkräftemangel, wie wir als die jungen Leute, die gut ausgebildet sind, natürlich beginnen zu reduzieren. Die Gefühle haben ja 8 % gelangt und 60 % gelangt. Unter zwei können die 8 % arbeiten. Das hilft natürlich nicht. Beim Fachkräftemangel haben wir umso weniger Leute. Wenn zwei 60 % arbeiten können, würde es einfach gelangt. Und was wir dazu machen können, wir können einfach vorhin stehen, vornehmen, vormachen und die jungen Leute motivieren, dass sie eben wieder 100 % arbeiten. Dort, wo es möglich ist. Oder die Äutere länger behalten, dass die noch ein bisschen arbeiten wollen und bleiben. Ja, das probiert man ja auch. Da haben wir natürlich das Thema der Sozialabgabe, das wir haben. Die Kurve stimmt ja einfach nicht. Die müssten eigentlich wieder abnehmen in dem Alter, dass man weniger Sozialleistungen zahlen müsste. Dann würden es die in der Mitte, die voll im Saft sind, am meisten zahlen und dann müsste es abnehmen. Die Jungen zahlen ja fast nichts, haben aber hohe Löhne und dann steigt das ja mit dem Alter. Und die ganze Kurve, die müsste man anders legen, damit es auch für einen Arbeitgeber attraktiv wird. Man kann nicht sagen, man möchte erfahrene Leute, aber man kann die nicht zahlen, weil die Sozialleistungen auf dieser Weg hoch sind. Also es beisst sich. Da braucht es ganz andere Modelle, auch BVG-mässig. Ja, ich wollte mich auf das heraus. Du bist 60, politisch aktiv. Du hast gesagt, der Nationalrat will dich nicht mehr machen. Wann ist der Schluss bei dir? Also... Welcher Schluss jetzt? Politisch. Ja, der politische. Ähm... Also vielleicht weisst du das auch noch nicht? Ähm... Ich mache so lange, als es Spass macht. Ich habe keinen Plan. Meine Familie hat einen Plan. Der deckt sich noch nicht mit meinem. Und die Familie sagt, du siehst nicht den Massstab. Sie wollten... Eigentlich wollten sie gar nicht mehr noch einmal kommen. Darf ich auch hier schon sagen. Sie sagen, was tust du dir jetzt noch einmal an? Also meine Frau da... Ja, es ist eine Krise geschoben, sage ich einmal. Aber das hat sie vor vier Jahren schon. Ja, braucht immer alle. Ich dachte, irgendwann gewöhnt man sich daran, aber sie gewöhnt sich nicht daran. Und äh... Das ist ähm... Also wir haben sehr schön. Wir haben eine tolle Familie. Und ähm... Wir müssen ähm... Hörenhören. Wenn natürlich da jemand... Und sich selber in dem Tag im Spiegel anschaue. Und solange ich mich noch kenne und fit bin und bereit bin und ich halt getrennt werde, das nützt ja nicht, wenn ich nicht getrennt werde. Meine Wahlhelfer war meine Familie, nichts anderes. Und wenn ich die nicht mehr habe, die Familie, dann muss ich mir das auch überlegen, ob ich das noch einmal machen. Mhm. Aber das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil das ist jetzt gerade so frisch und so ein gutes Resultat. Und das geht mir eigentlich ganz gut. Mhm. Ja, wir kommen langsam zum Schluss des Interviews, zu den Kurzfragen und Kurzantworten. Die erste Frage wäre, die du gerne ergänzen darfst dann... Ich bin nicht in der FDP, weil... Weil die SVP mich zuerst gefragt hat. Politik wird ab sofort nur noch von Frauen gemacht. Was ändert? Fast nichts. Mein schönster Tauchgang? Das war das erste Mal, wo die ganze Familie miteinander tauchen konnte. Also wo alle miteinander zur Prüfung gingen und ich die habe führen können. Und wo war das? Das war in El Quesir, respektive in Daab, Ägypten. Und der zweite Beste war in den Kälbwäldern in Alaska, mit Robben zu tauchen. Mhm. Ja, du, ich war ein bisschen schwerer. Das stimmt. So fast ein bisschen du. Ja, ja, danke. Ja, das sind die schweren Knochen, gell? Ja. Dann das Filter der Schweizer Landwirtschaft heute. Auch dort... Die, die sich in der Landwirtschaft bewegen, die Unternehmer sind auch, die haben es gut. Und die, die nur immer jummern, das fehlt. Man muss einfach schauen, das Beste daraus machen. Da haben wir ganz, ganz tolle Beispiele in unserer Gegend, die das packen, tolle produzierende Landwirtschaft haben. Und das wünsche ich mir. Das gibt es aber auch bei den Unternehmern in der Industrie. Oder in der Gastronomie. Das ist überall etwas das Gleiche. Dort, wo es noch Patrons gibt, wo es auch hängen stehen, vorwärtsmöchend andere Ideen haben und nicht immer warten, dass man da einem kaufen wird, sondern das selber unter die Füsse nehmen, das wird die Zukunft sehen. Mhm. Was sagst du mit einem Bauer, der sagt, ich mache eine solche Zucht neu? Ja, der soll Statistiken anschauen und schauen, ob er sie auch vermarkten kann. Dann, was kann meine Frau besser als ich? Mehrere Sachen miteinander machen. Zum Beispiel? Ja, sie ist multifunktional. Sie gehört, wenn ich mit jemandem rede am Telefon und sie arbeitet irgendwo, sie weiss genau, was ich gerade habe. Das ist manchmal nicht so gut. Mhm. Ausländer in der Schweiz sind? Willkommen, wenn sie sich integrieren und mithilfen in der Wirtschaft. Das möchte ich meinen Kindern auf den Weg mitgeben. Respekt, Anstand, Ausdauer. Dann noch das Letzte. Dieses Buch liegt aktuell auf meinem Nachttisch. Wie komme ich aus dem Hamsterrad? Nein, die drei Arten von Zeit habe ich im Moment auf meinem Tisch. Um was geht es dort? Um kurz zu beschreiben? Es geht eben um, wie kann man Zeit anders einteilen? Und wenn man in einem Hamsterrad ist irgendwo, wie komme ich zu diesem Hamsterrad aus? Mhm. Sei es kurz, ich habe das ganze Buch jetzt. Mhm. Ja, das ist gut. Also schön ist, wenn du Zeit hast, das Buch zu lesen. Ja. Das ist, glaube ich, auch wichtig mit deinen verschiedenen Hüten, die du da hast und Engagements. Herzlichen Dank, dass du da warst. Wir legen noch die Runde auf, wenn es Fragen gibt aus dem Publikum. Dürfen ihr jetzt gerne strecken oder dreinreden oder gibt es gerade eine Frage? Ja, fangen wir bei Markus Bucher an. Altkantonsrat. Wir sehen ihn jetzt nicht da, aber ... Die Frage hat nichts mit dem Kartonsrat zu tun, sondern du hast letztes Mal, als Raffi hier in Oberkirchen gefragt, die Fusion mit Soar sein. Und ich nehme das gleiche Wunde vom Ralf. Fusion mit Soar sein. Mit den Bergen haben wir eigentlich recht gute Erfahrungen gemacht. Ist das einfach nur ein finanzielles Thema bei euch? Oder hat er auch nicht Chancen? Wenn es von unten hochkommt, das ist bei jeder Gemeinde so, das ist wie bei Pfeffer in Rickenbach, oder wenn das von unten hoch wächst, dann kann ich nichts gegen das haben. Aber wenn es von oben runter diktiert wird, dann bin ich ein absoluter Gegner. Und ich habe Freude, wenn man möglichst nicht alles regionalisiert und zentralisiert, dort, was nicht Sinn macht. Weil es gibt eine viel bessere Differenzierung, auch von den Meinungen. Und es kommt nicht einfach alles zum Gleichen aus. Und die ganze Thematik mit Fusion haben wir ja schon mal ... Es ist ein emotionales Thema, schlussendlich. Das wäre mit den Fühlen ja auch so gewesen. Dort ist es ja gut gekommen. Es hat aber auch eine ganz lange Zeit gebraucht. Ich glaube, es braucht einfach überall Zeit. Es braucht einen Leidensdruck. Und dieser Leidensdruck hat natürlich Schenken nicht. Und ich glaube, auch so ist sie nicht. Bei den Aufgaben, die wir jetzt alle vor uns haben, ist jeder bedient, wenn er seine Aufgaben sauber erfüllen kann und nicht noch mehr herum aufladen. Weitere Fragen? Hat nicht jemand aufgehauen? Niemand? Gut. Der Verkehr beschäftigt uns. Wir haben hier vor uns auch eine Kreuzung, die eigentlich immer geplant ist, einen Kreis auszubauen. Und jetzt habe ich mitbekommen, dass das eine eventuelle Kreuzung bleibt, also mit den Ampelern. Was wir jetzt zum Kreisen hier zu bekommen? Ja, das ist eine kleine Gasse. Ja, natürlich. Und das sollte eigentlich auch mit der ganzen Fahrungsstrasse zu sein. Und kannst du dir etwas dazu sagen, wie die Entwicklung ist oder wie du das selber siehst, dass es da der richtige Weg wäre, dass es richtig ist, was im Zuck geht auf Ampeln? Also ich bin ein absoluter Gegner von Ampeln. Auch von intelligenten Ampeln. Weil man hat das Hauptthema, die Ursachen nicht angepackt, oder? Es gab manchmal auch immer, wo ich immer gesagt habe, wir haben kein Problem. Wir haben kein Problem. Ich rede eh nicht von Problemen, ich rede sowieso nur von Lösungen. Und da engagiert man Ingenieuren von Zürich und so für eine ganze Kantone, der uns das Gefühl hat, man kann das Modell in Zürich nehmen und einfach hierher kopieren. Das funktioniert so nicht. Man muss alle die Arbeitsplätze, alle die an Stellen anschauen und man muss mal schauen, wie die arbeiten. Das habe ich ganz am Anfang gesagt. Wir haben ein Verkehrsthema, aber das kann man lösen, indem man das Arbeitszeitmodell bei jeder Firma unter die Lupe nimmt und schaut, die Viertelstunde oder die Halbstunde oder die Stunde, die man ausweisen kann, da kann man genau nachschauen, wann sind die Verkehrsströme vom Aargau unten oder vom Eustrad oben oder was auch immer. Und das müssen ja nicht alle um halb sieben hier reinfahren oder um sieben. Und um halb neun ist die Strasse leer, oder? Und so ist es am Abend genau gleichlich. Und darum muss man schauen, mit den Firmen zusammen die Verkehrsströme anders zu lösen. Und dann, es ist nicht gelöst mit dem Ampel. Es staut einfach in die Dörfer aus. Und man weiss, wenn man, das hat man im Verkehrsaushaus genau das Gleiche, oder? Man hat dort bis anderthalb Stunden, bis man nur in der Stadt drin ist, wenn man im Verkehrsaus im letzten Moment abwahrt. Das sind intelligente Systeme. Das Tropfsystem, die lehnen einfach so von rein, bis einer daran wieder wegkommt. Und das ist da auch so. Darum muss man schauen, dass nicht jede Firma morgen um sieben Uhr anfängt. Jetzt einfach mal so salopp. Und das hat man gar nicht geprüft. Also zuerst sollte man mal alle die Modelle prüfen, was gibt es noch andere Möglichkeiten, bevor man da wieder Rückbau macht von teuer gebauten Kreisen, die man schon etwa zweimal, dreimal gebaut hat. Zuerst waren es zu wenig gross, dann haben sie die Lastwagen nicht ausgehalten. Und jetzt ist es einfach ... Jetzt dürfen sie wieder dampeln sein. Müssen wir nicht so sein? So sie deklariert man als zweites Zentrum im Kanton. Ich habe das Gefühl, da muss man mal ein bisschen gröber drangehen. Und vielleicht muss man halt die Umfahrung runterlegen, dass man dann langsam den Verkehr oben durchlassen kann. Ein bisschen Mutung in dem Sinne, ein bisschen Visionen haben. Ja. Da gebe ich ... 100 Prozent kann ich da zustimmen, dass man das Gesamtsystem anschauen muss. Das haben wir auch so rettourgemeldet übrigens von allen Gemeinden. dass sie das Gesamte anschauen müssen. Aber es ist ja so. Wenn man die Pläne schon in der Schublade hat und alles ist schon geschrieben, ist es ganz schwierig, jemanden zu überzeugen, dass er jetzt neu zeichnen und neue Pläne machen muss. Ich sage es jetzt mal so. Das ist nicht einmal diplomatisch, so wie es ist. Und ähm ... Das gehört mir jetzt natürlich nicht gerne, oder? Aber ... Man muss die Ursachen anschauen, das Gesamtkonzept anschauen und die Fussgänge auch anschauen. Warum hat man Unterführungen gemacht? Weil es jetzt nicht zumutbar ist, dass man unten durchlauft. Darum hat man Unterführungen gemacht. Die sind übrigens nicht gratis gewesen. Und warum hat man Fussgängerstreifen gemacht und dann noch eine Überführung? Im Zursehen. Warum? Warum macht man da beides? Wenn man genau weiss, wo die Leute dort durchgehen, was am einfachsten ist. Und jetzt tut man es wieder zu. Sie laufen gleich darüber hin. Das sind alles Sachen, die nicht fertig gedacht waren. Und darum ist es korrekt. Man muss das Gesamte anschauen. Das Gesamtkonzeption anschauen. Und vorhin die Leute mit ins Boot nehmen. Nicht dann, wenn es schon geschrieben ist. Und rundherum verändert sich es stetig mit Bauen, wo nicht weniger wird. Also es wird ein Dauer-Thema bleiben. Zuur sein, das ist schon mal garantiert. Wie du auch. Das Thema bleibt im Kantonsrat und unser Halter bleibt in den politischen Bereich. Und ja, ich würde hier abschliessen, wenn es keine weiteren Fragen gibt. Und danke für den Besuch. Und danke vor allem dir, Rolf, dass du dir die Zeit genommen hast und so ehrlich und direkt Auskunft gegeben hast. Besten Dank. Danke auch. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus